Hakan, Calanolu und Christoph Kramer sind gerade dabei, ihre Mannschaften auszusuchen. Nun haben sie eigentlich ihre Mannschaften schon, aber bei euch beiden merkt man, ihr seid Profis. Ihr beginnt jetzt erstmal mit der Auswahl der Spieler. Deutschland gegen die Türkei, wie einfach wird es für dich? Ja, schwer. Die Türken haben heute vier Spitzen aufgeboten, das wird nicht einfach. Oh, Hakan hier in der Offense, in der Offensive und da kann er, schon wieder Neuer. Und der Türz, da ist das Ding drin. Herz gemacht. Da bist du baff. Macht auf jeden Fall Spaß. Es wäre jetzt höchste Eisenbahn, vielleicht mal den Anschlusstreffer zu absolvieren. Der kommt, der kommt. So, jetzt hier, Elfmeter, Müller führt aus. Babacan, Babacan, oh, mit dem Fuß nachsetzen. Da ist schon gut, da ist schon gut, keiner weiß, wo da hinschiegt. Und so, ein weiteres Tor. Das ist einfach System, System muss passen, 4-2-4 offensiv, ohne Angst. Und Christoph, geschockt. Ich muss wechseln, ich muss wechseln. Und da ist das Spiel beendet, Ausschluss, Ende vorbei. Die Türkei gewinnt 2-0. Christoph Kramer, jetzt abschließend nochmal gesagt, und ihr habt jetzt ein bisschen FIFA 16 gespielt. Zufrieden? Ja, super Spiel, muss ich sagen. Es ist am Anfang halt immer ein bisschen schwer reinzukommen, aber mir gefällt es. Dann sage ich Dankeschön, Christoph, dass du dabei gewesen bist. Hakan, glücklicher Gewinner. Türkei gewinnt 2-0. FIFA 16, dein Spiel. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. los war Happy ein Spiel, Julian Doe, Aber das warclemier, die dann s AN g Jonze des Mögenielen diskutiert und Dämpere waren folgen der Jürger. Und ich habe mich viel gesehen, und wenn wir ein K una hier Questin testieren sollen, die machen,ICK Räume, Untertitelung des ZDF, 2020